Hallo, hier ist die Marina. Hier ist die Marina, ihr seht Tuning Film TV. Hallo, hier ist die Marina. Ich stehe ja total auf Leder. Und wir sind hier auf dem internationalen 13. VW-Treffen in Wittenberg. Ich muss heute Abend erstmal in die Wanne. Und ich glaube, der Herr hat ganz schön lange hier dran getunt, oder? Wie lange haben Sie dafür gebraucht? Er ist heute nicht bereit für Interviews. Na, das blinkt und glitzert, ja. Ich will gar nicht wissen, wie lange das gedauert hat, die da alle rein zu friemeln. Aber das ist doch auch mal was für die Tuning-Frau von heute. Und ich denke, wenn man keine Lust mehr da drauf hat, kann man sich das auch einfach in die Ohren stecken. Schick gemacht. Er ist heute nicht bereit. Er ist heute nicht bereit. Er ist heute nicht bereit. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.